Jo Leute, Chmi hier und heute seht ihr Disco-Dominance mitten im Spiel, weil der Anfang zum Lupen ist ja immer relativ langweilig und ja, deswegen essen wir Bananen und seien froh und pupsen ins Kloch. Warum baut der denn immer wegen diesen Scheißbehinderten-Doppelplattformen, die ich gar nicht bongen wollte, bekomme ich doch in die Lohre. Nee, Fortnite werde ich verlieren. Nee, ich hab's nicht verlieren. Ich hab's nicht verlieren bei Fortnite. Ich hab's nicht verlieren. Ich hab's nicht verlieren. Boah, komm, ich hab's nicht verlieren. Ah, ich hab's nicht verlieren. Das ist die Konnexion. Ahhmm. Dann wird ne 100 Ballot und löt six. jetzt werden wir die pills, jetzt hier. Hundert! Meiner! Sorry, wenn ich keine Mets habe. Mets! Hier sind die geschrecklichen Mets! Mann! Alter! Ich dehne es mir nie gleich fort, wenn ich wieder so verrecke, ey. Ganz ehrlich, hier kann man überhaupt keine Mets haben. Wo, warum spawn ich bitte? Halt, da ist ja nicht immer so... Thema witzig, ey. Probier findet sie witzig, oder? Alter! Danke! Ich hab's nicht, ich hab ihn doch! Cool, Karte, ey! Ich hab's ein bisschen... Oh, geil! Ich hab's nicht jetzt was hier, ne? Ich hab's nicht jetzt was hier, ne? Ich hab' heute so viel Päckchen, Fortnite! Digga! Wo ist Wormi schon wieder? Digga! Aber... Ich hab' so viel Pech in Fortnite heute, wenn ich nicht mit meinen Freunden die Klasse spiele. Sonst alles gut, ne? Easy! Wenn ich mit meinen Freunden spiele. Aber jetzt! Ich hab' so viel Geld. 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 Ich hab' so viel Geld in Deutschland. Ich hab' so viel Geld in Deutschland. Ne? Wieviel? Nein! Ne? Wie viel Apple muss er noch haben? 50 und ein 49er? Komm! Erzähl mir was anderes, aber das ist doch ein Witz. Soll ich in der Wandland befreien? Hey, guck mal. Hier ist nicht zu sein. Oh oh, wir müssen zu viel los. Vor wieviel Metern? 106! 106! Die muss ich auch entficken! Das ist 300 zu 300, dass ich so getroffen werde. Ey Leute! Wo ist so ein Flieger? Sie ist einfach nicht mehr. Sie ist einfach nicht mehr. Nein! Ich denke jetzt. Ich bin also in der Luft gestorben noch mal? Was ist das denn, ey? Was hab ich denn gemacht, ey? Ich bin euch in der Luft gestorben. Mal Grammatenkilz hier, so wenn das jetzt... Ich bin jetzt nicht an. Nein! Puh! Karma! Digga! Mit zwölf Vp, Digga! Die wollen mich! Aber die kriegen mich nicht! Was ist der jetzt macht? Ja, oberarm! Heimann! Ich muss was kaputt machen! Irgendwas! Irgendwas kaputt machen, bitte! Irgendwas! Kann... Muss ich kaputt machen! Es ist nicht mal menschlich, wie viel Pech man haben kann. Es ist es nicht menschlich. Kann ich... Oh... Oh! Oh... Ich bin schnell hier in die B-Nate, ich bin schnell hier in die B-Nate. Dieses behinderte Spiel. Eigentlich bin ich richtig gut mit meinem Freund Niklas. Aber ... äh ... äh ... Ich lag jetzt da. Auf dem Baum. Genau auf dem beschissenen Baum. Einfach Kild abstaunen. So, jetzt werden wir schon wieder. So, jetzt gehen wir. Hier. 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 Das war's. Sechser Hütte! Sechser Hütte! Mach keinen Spaß mehr! Ja... B, schnell B. Ja, okay, das muss ich schon. Die sind... Nee, sie sind 55 Meter! Warum das 1 zu 100? 1 zu 100! Von dieser Entfernung! Und außerdem sind sie doch 5! Blöden wir! Den haben wir unbedingt getroffen! Ich muss jetzt auf, Karas. Alleine sind... ...die keine Freunde haben. Ja, ich habe die Dänke nicht. Okay, ich werde das nicht so gut machen. Nein! 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 Ja! Nein! Nein, ich Marcus ... Nein! Forn! Hä? Warum ich? Warum ich? Warum ich? Immer ich, ne? Die anderen nie! Immer ich! Immer ich, ne? Die anderen! Oh, nö! Ah, Puffefilter, man nimmt gerade ein Video! Ah, den kann man noch abpacken, ne? Nein! 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 Ja, ein Glück gewinnen wir jetzt, ey! Loschen, ey! Pisst euch jetzt nicht! Ach, ihr habt trotzdem gewonnen, ihr Pisser, ey! Ich hab keinen Bock mehr, einfach! Ey, so viel Pech kann man nicht haben! Es geht nicht! Oh, Puffefilbein! Und dann kommt ein Video auf! Heißt... Oh, Chickenplayer! Den Dämoniere ich jetzt mal! Dislike zu all seinen Videos! Und bin Hater von ihnen! Oh, ja! Töte ich ihn mal, Digga! Oh! Leute, ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen! So viel Pech kann man einfach nicht haben wie ich! Und dann würde ich, ähm, haut rein bis zum bisschen die Leistung oder Video! Und dann würde ich, ähm, haut rein bis zum bisschen die Leistung oder Video! Also! Und dann, wenn ich das Video denn so schön bin, solljoen wir, Dämoniere! Also! Und dann, wenn du das Video!